Ich heisse Marlena Senne und bin Swiss-Gelt-Champion als Steinmetzer. Es ist ein voll cooles Gefühl. Ich bin sehr überrascht, dass ich diese Goldmedaille bekommen habe. Ich habe jetzt aber mehr Erwartungen an mich. Ja, da ist man natürlich schon. Da kommt ein wenig Stolz auf und man hat sehr Freude. Und man freut sich auch für den Lehrling, dass das so gut funktioniert hat. Und am Schluss noch etwas rauszuschauen. Wir als Firma Kuster, Steinbrück AG, sind sehr stolz, dass Marlena die Goldmedaille an den Swiss-Kills geholt hat. Wir durften sie hier vier Jahre lang ausbilden, was uns auch gelungen ist. Und sie hat das tiptop gemacht. Wir sind stolz auf sie. An die Euro-Skills würde ich gerne gute Leistungen zeigen und alles geben. Und ich bin einfach froh, dass ich dabei sein kann. Ich finde es etwas Schönes, wenn man an einem alten Gebäude wie einer Kirche etwas setzen kann und sagen kann, hey, das habe ich gemacht. Und es ist einfach ein gutes Gefühl. Sehr schön. Baby das ist einfach ein gutes Gefühl. Danke, bitte! Ich bin ein gutes Gefühl.